Schauen wir mal, ob das wieder klappt. Herzlich Willkommen wieder hier bei den Timezone News vom roten Sofa. Wir haben heute wieder wunderbare CDs für euch, zum Beispiel Rob Mo. Der klingt, als käme er aus den Südstaaten, aber in Wirklichkeit kommt er aus Italien mit seiner neuen CD From Scratch. Wirklichkeit. 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 Außerdem für euch heute am Start Ausfahrt mit vergessene Möglichkeiten. Das ist Jazz gemischt mit Grunge, also Improvisation mit rockiger Ästhetik. Wirklichkeit. 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 Und zum Schluss noch die erste Single aus dem neuen Album von Sleepwalker Station. Das Album heißt Lorcon, erscheint im Mai und er hat jetzt schon eine coole Rap Folk Single aufgenommen. Die heißt Uno di noi. Wirklichkeit. 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 Und wirklichkeit. 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 Dice che non me ne sia andato E fa pensare quanto poco sia cambiato